Und, die Sumpftypen sind Zombies. Ich brauch ein Plästerli. Oh, sorry, Zombie-Sumpftypen. Mach dir dein Plästerli. Bär hat's auf unten. Oh, nein, nein! Ich hab' meinen Sumpf-Sack weggeschnitten. Nicht auf mich, Mann! Na, na! Okay, suchen wir nach Vorräten. Wir kommen grad aus dem Schutzraum, was kommt, was kommt jetzt so ein Spruch? Suchen wir nach Vorräten. Ja! Wir haben doch aus dem Schutzraum schon Vorräte geholt, oder nicht? Ja, aber nicht die, weißt du, nicht die Vorräte. Es kann nie genug sein. Du hast einen Dicker hinter dir. Da war einer. Da war ein Dicker. Was, was krummelt hier rum? Die haben dich ja zugerechnet, aber das wird schon. Puh, schon viel besser. Komm, zeig dich. Wo habt ihr alle euer Hirn gelassen? Ganz ruhig. Wo ist er? Eben, genau den hab ich gehört. Hilfe! Hilfe! Wo ist er denn? Du bist in der Wand? Wo? Wo? Nein! Ich muss mich mal eben fallen. Mach das aber, beeil dich! Ich bin schon dabei. Oh ja! Brrrr! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Ah, dein Name! Hier irgendwo ein Hunter! Ich bin schon ein Hunter! Ja, ich will auch nicht! Na ja! pack dir Gurke, aber lass mich in Ruhe Spucker! ein Spucki ein Spüttel nein ich schieße nie auf Freunde oh schon wieder deine Ex-Freundin wo ist sie denn? ich hör sie nur ach komm doch mal her ich hab's damals nicht so gemeint, dass ich mit deiner Schwester irgendwie so, na du weißt schon ja ne, denk dran, das kommt auf Youtube benimm dich warte, wo ist sie? wo ist sie? schön für dich hey pack dir Gurke, nicht mich und jetzt hab ich hier auch noch so'n Hüpfer schau mal, sie flüchtet ja von dir würde ich auch flüchten ach komm jetzt, tu nicht du ich hab's echt nicht so gemeint es ist weg nein ah, immer diese Weiber, man ja, naja das Verbandszeug das Verbandszeug soll ich mir da auch mal da, das, das Brandmunition her weißt du was? die Waffe hier die sieht eigentlich fast so aus wie Schweizer Sturmgewehr das ist ne MP5 das? das ist ne MP5 das ist ne MP5 hier sind Waffen hier sind Waffen nee, das kann ja gar nicht sein es sieht komisch aus doch, das ist ne MP5 ich nehm die Tabletten nun denn wo ist er? ja, das ist natürlich super meine Güte, Cosmo was machst du denn schon wieder? ich bin nicht rausgegangen so wie gestern, gell ich will's nur mal sagen ja das hatten wir gestern schon, ne aber wenn wir das das nächste Mal machen mit Deathcounter ah, das ist ja nur ne Dreiausschusswoche bin ich eben eigentlich nicht so naja, wenn du schnell genug abdrückst, ist die auch nicht schlecht ja, aber für das ist das Magazin ein bisschen zu klein ja kommt natürlich nicht an so ne Kettensäge ich lade nach komm her ich hör dich wo sind sie wartet los das war wieder logisch, dass du das machen musst natürlich schön aufpassen, Cosmo ja könnte ein bisschen wild werden hier ja, nur ein bisschen lecker ja, also das wirst du fast gar nicht merken aber du gewöhnst dich dran Gurke macht das jedes Mal schnapp sie dir worum ich worum ich irgendeiner muss ja Gurke hat's erwischt lass mich durch hier ich... ich hänge hier ich länge dich eine ab ich länge mich einer ab hier helse... nicht mal wieder alles an einem nur weil du so ein Schmarrn bauen muss ich hab nichts gemacht aber bei mir liegt ein Defi, kannst du mich auch bestellen. Ja Pass mal kurz auf, du musst mich veratmen. Und wer überlegt wie du mal das nützt doch? Wo soll denn da ein Defi sein? Ich seh da keinen. Ich nehme die Pillen hier. Es muss einer da sein. Ah, jetzt habe ich ihn gefunden. Ich hab das den Gürkelfilet aufgehoben. Achtung! Meine Vergrissung! Da ist er wieder. Und da habe ich den falschen aufgehoben. Wack links. Alles aufheben. Gurke passiert ist öfters. Deine Heinz. Hey, weißt du sie, hey. Wo ist er? Die blöde Sau. Achtung! Wo ist er? Tanky boy. Wo ist er denn? Dein. Boah! Hau ab! Hau ab. Hau! Ach! Boah! 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 Scheiße! Ja schon! Gleicht sich an! Einfach so hinten an! Da ist nochmal irgendwas! Die Lache von denen ist so doof! Ein Hopsi! Ich lade nach! Ein Hopsi! Ein kleiner Hüpfer! Kleiner Hüpfer, ja! Nun denn! Triple, 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 Triple! Ich glaube wir haben es jetzt dann bis so gleich! Und irgendwie... Irgendwann haben wir das Gefühl wir sind nicht mehr ganz so gut wie auch schon mal! Nee, nicht ganz! Auf alle Fälle besser wie mit Chrissy! Ja, das ist gut, dann geh rein! Ja, wir probieren hier nicht alles zu säubern! So, ich will ja gerne, aber sie wollen halt nicht! Ja, bitte! Nein, ich hab nichts mehr! Ein hier! Jetzt geht's mir gut! Ja, ist gut, ich komme! Ja, jetzt plötzlich! Kann ja gar nicht sein, die... Die MP5 ist cool! Ich glaub, die behalte ich! Aber jetzt schau mal! Jetzt schau mal! Das Ding ist niemals eine MP5! Und wieder eine MP5 ist mein Freund! Rohrbombe! Rohrbombe! Nee und nimmer! Pass auf wo du hinziehst! Ja schon! Nicht immer mir in den Popo schießen! Ich hab' grad' sagen, weil so'n geil Arsch und... Ja! Ja, ne, ja... Popo! Ja! Popo! Popo! Nicht Arsch! Das ist gleich in den Arsch! Kann man nicht widerstehen! Lade nach! Ich lade nach! Hui! Ja, was wäre... Ja, was wäre... Ein Schmücker! Na, also siehst du, Cosmo, geht doch! Das musst du dir angewöhnen. Bloß ab und zu mal noch was zu sagen, dann passt's. Ja, manchmal sind wir ausgewünscht. Ja, aber nur manchmal. Da warten wir eigentlich, dass Cosmo die Action übernimmt, aber der will irgendwie nicht. Der ist noch schüchtern. Naja, Leute, das kommt noch. Das kommt noch. Bisschen Geduld. Geh. Helft doch dem Armen da hinten mal. Warte! Warte! Nein! Was? Was spuckt denn da noch rum? Ja, oh ja, Volltreffer! Ich lade nach! Ich lade nach! Lade nach! Halalala! Ich hätte auch gern wieder Zeit zu holen. Ich weiß, wo wir jetzt bald sind. Lade nach! Gleich wird's lustig. Gleich? Ja. Das ist wieder das Richtige für dich. Lustig, was ist das? Ja. Ja. Da muss hier alles tot ernst sein. Was macht das? Scheiße. Wow! Ruhe, nein! Ruhe! Ruhe! Hast du dich versteckt, Gurke, oder was ist los? Ja. Ich bin hier auf dem Dach. Ich wollte mal ein bisschen meine Ruhe. Ruhe! 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 Ja, jetzt weißt du's. Oh, du bist da. Ich glaube, Gosmo wird sich freuen. Ich verspreche dir. Das wird klasse. Moment, ich muss mich verraten. Ich muss mich verraten. Oh, ja. 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 Scheißhaus. Ich hab'n Scheißhaus geguckt. Hoi. Oh, ja. 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 war so ein Knöpchen das findest du schon such dir irgendein Knöpchen und dann dann geht's ab dann geht das Spaß los hier aber noch nicht jetzt da alles verballern wieso ich bin hier am Maschinengewehr das hat unendlich ach so ist das komm hopp 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 Gurke hopp 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 warte ich los ja beeil dich drück den Button Button soll ich Button drucken pushen de Button ja 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 ich bin aber hinter dir ist aber schlecht wir drücken auf den Button ich will aber nicht wieder runter springen und sterben wenn du ihn dann geh halt runter da hat doch niemand gesagt dass du springen musst das nehmen wir mit äh hallo äh hallo ich würde kommen ich würde kommen ich kann mich nicht verstehen ich bin bei einem großen Tor von einem großen Haus alles klar alles klar los Gurke beeil dich ach nö ich hab hier ein Hand da ja ja also echt die K.E. ist schon ein bisschen doof ne es ist gar nicht mehr vorbeigerandet tja kommt vor los mach sie fertig nicht auf mich nicht auf mich nicht auf mich wow wow ne Spuckerin ne Spuckerin dann pack sie dir hab ich schon ich glaub mir geht's nicht so gut nicht an der Stelle das ist halt cool der verhaftig weil die K.E. ist trotzdem laden ab laden ab laden ah dodge ja bald kommt doch her also laden ab na jetzt aber hier der erste Tank genau ich glaub der kommt nicht von da ach nö ist es schon im Haus ich glaub ja ist es hier oben oben ist oben Hilfe Hilfe Leute wo bist denn du es tut echt weh lass mich in Ruhe ach jetzt ist er dran wir kommen und retten dich oh Tank kommt Tank weg mich dann retten wir mal Cosmo nein noch nicht du bist nur unten ach ach nö ich fühl mich wie meine Großmutter ich höre schon wieder so'n boah muss laden jo das kommt schon gut muss laden muss laden boah der nächste der humpelt geht laden ab schiessen wow oh Gurke hast ja wieder mächtig besucht mach nix ich liebe besuchen du liebst besuchen na dann ganz schön ich liebe es auch dort der nächste tank ich suche ihn gerade okay ich bin raus los kurke Wir haben sie erwischt. Achtung, Spucker. Nun denn. Jetzt sind wir im Arsch. Wo ist der, Cosmo? Wo ist er? Ich weiß es nicht. Ah, um die Ecke. Ja. Nochmal ein Fank. Okay, wir müssen weg hier. Insgesamt, glaube ich, gibt es vier. Aber jetzt bin ich tot. Deine hast du tot. Los, Gurke, gib alles. Oh, 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 oh. Komm, zack, zack. Hey, 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 hey. Ich bin ganz allein. Komm, da schaust du. Ich will nicht. Ich bleibe hier. Ich breche euch. Jawohl. Jawohl. Jawohl.